Hallo, in diesem Video eine einfache Möglichkeit, wie man sich als normaler Benutzer Zugang zu einem sogenannten System-Account verschaffen kann. Der Benutzersystem ist der mächtigste Benutzer auf unserem Windows-Computer. Er liegt rechtemäßig weit über dem Administrator. Normalerweise geht das natürlich nicht, weswegen wir eine Lücke in Windows ausnutzen müssen. Und da Windows selbst zusätzlich noch einige Schutzmaßnahmen mitbringt, können wir das ebenfalls nicht direkt unter Windows durchführen. Daher empfiehlt sich ein fremdes Betriebssystem für die Modifikation, zum Beispiel Linux oder hier Ubuntu. Link in der Beschreibung. Einfach runterladen, auf eine CD brennen oder auf einen USB-Stick kopieren, wobei das ISO, das wir runtergeladen haben, auf eine ganz spezielle Art und Weise auf den USB-Stick kopiert werden muss. Haben wir in anderen Videos schon gezeigt. Link in der Beschreibung. Natürlich geht auch Parted Magic. Das ist das, was ich jetzt hier benutze. Es ist ebenfalls basierend auf einem Linux. Es ist nur viel kleiner. Es kommt mit ungefähr 200 MB daher. Ist daher ein bisschen schneller runtergeladen. So, das habe ich mir jetzt hier schon runtergeladen. Link finden Sie natürlich ebenfalls in der Beschreibung. Es liegt auch schon in meinem Laufwerk. Insoweit werde ich diesen Windows XP Rechner jetzt einfach mal nur neu starten und dann das BIOS anweisen, von der CD zu laden. Einfach Enter drücken. Wir lassen die Default-Option. Dann wird GParted geladen. Auf dem Desktop angekommen, klicken wir hier auf File Manager und suchen uns hier aus der linken Liste unser Laufwerk, unser C-Laufwerk heraus. Das heißt natürlich hier nicht mehr C-Laufwerk. Insoweit, wenn Sie mehrere Laufwerke in Ihrem Rechner installiert haben, müssen Sie die alle mal durchtesten. Am Ende wird es das Laufwerk sein, in dem der Windows-Ordner liegt. Da klicken wir dann auch rein. Als nächstes System 32. Als nächstes verschaffen wir hier dieser Datei- und Verzeichnisübersicht den Fokus, indem wir da einmal reinklicken. Denn jetzt können wir mit unserer Tastatur nach der Datei suchen und die Dateiübersicht springt direkt an die richtige Position. Wir suchen nach der Datei namens SetHC. Also S-E-T-H-C wird gefunden. SetHC.exe Dann wird die einmal markiert. Rechte Maustaste, dann Rename oder einfach nur F2 klicken. So und die nennen wir jetzt einfach SetHC2exe. Sie können natürlich einen anderen Namen nehmen. Auf jeden Fall merken Sie sich den Namen. Für den Fall der Fälle, dass Sie die Datei später nochmal brauchen. Einfach OK klicken. Als nächstes suchen wir die Datei cmd.exe. Nachdem die gefunden wurde, wieder rechte Maustaste, kopieren. Rechte Maustaste, einfügen, also Paste. Und die Kopie von Command.exe nennen wir jetzt wieder SetHC. Natürlich ohne die 2. Am Ende Rename. So, wenn wir jetzt nochmal SetHC suchen, sollte die Datei quasi zweimal vorhanden sein. Einmal SetHC, das ist unsere unbenannte Command.exe und das ist die Originaldatei. Nachdem das Ganze hier erledigt ist, wählen wir nochmal unser Laufwerk an, gehen auf die rechte Maustaste und finden hier im Kontextmenü Unmount File System. Das klicken wir an. Das ist normalerweise für GPARTED nicht notwendig. GPARTED macht das automatisch. Wie schon gesagt, wir gehen jetzt aber hier besser mal auf Nummer sicher. Unter Ubuntu sollte man das auf jeden Fall durchführen. Insoweit hier also am Ende schließen und das Ganze neu starten. Wenn wir das nicht machen mit dem Unmount, dann kann es sein, dass die Änderungen, die wir gerade durchgeführt haben, dass die nicht wirklich auf die Platte geschrieben werden. Dann hat das Ganze also nicht funktioniert. Einfach nochmal Windows neu starten. Nachdem wir wieder in unserer Login-Maske angekommen sind, können wir nun hier jederzeit mit 5 Mal auf die Shift-Taste klicken oder auf die Umschalt-Taste unseren System-Account aufrufen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und hier ist er. Abschließend die Prüfung, ob wir denn jetzt hier auch wirklich als Benutzersystem unterwegs sind. Dazu starte ich jetzt hier einfach mal Notepad und danach nochmal den Task MGR und jetzt sehe ich hier unter Prozesse, wenn ich mir hier Notepad raussuche, Notepad ist gestartet vom Benutzersystem. Funktioniert also ganz wunderbar. Ok.